Verstecken musst du dich doch nicht mehr. Okay, verstecken musste sich der 4K Laserprojektor EHLS 11100W aus dem Hause Epson eigentlich nie. Aber er stand doch sehr im Schatten seines großen Bruders, der mehr Helligkeit und besseren Kontrast bot und das für einen Aufpreis von gerade mal 300 Euro. Und so führte der Heimkino-Projektor eher ein Schattendasein bis jetzt. Denn Epson hat kräftig an der Preisschraube gedreht und den eigentlich ziemlich genialen Heimkino-Projektor ein neues Preisschild verpasst. Der Preis wurde gleich um satte 1500 Euro gesenkt und hat damit nun auch einen ordentlichen Preisunterschied zu seinem größeren Bruder. Und unsere ehrliche Meinung, in dieser Preisklasse um 3500 Euro gibt es derzeit nichts besseres. Und dazu ist er auch durch seinen Landshift mehr als flexibel und gilt auch noch als einer der leisesten Heimkino-Projektoren am Markt. Genial! Da steht dem Großbildvergnügen in 120 Zoll oder größer doch nichts mehr im Weg.